Eins, zwei, eins, na komm, wir warten nochmal, warten nochmal, warten nochmal, jetzt höre ich der nächste X-Bogen. Oh nein! Oh nein, Mann! Nicht schon wieder! Das ist doch ne Frechheit! Nicht schon wieder! Och, manno! Das ist aber auch unfair. Wenn man so viel besser ist als der Gegner, ist das wirklich unfair. Mann! Das ist ja wirklich ne Frechheit! Meine Güte! Also langsam reicht's aber auch mal, ne? Da ist ja die Empörung wirklich ganz groß.